das war der andere händler ganz dort hinten moment da war noch ein nest sind wichtig sind immer wichtig bitte auf jeden fall wir brauchen so viel nahrung wie nur möglich ich habe gerade zwei mal zurückgebracht gehabt aber hätte man mich nicht getötet wäre ich noch mal was fällt gegangen taro ist eine eigenschaft und keine person oder ein name hast du heute wiederum getarot ja tut mir leid die tat wird jetzt aber jetzt in ritaro um so 1000 jahre später der block ist kaputt okay also wenn ich schon so lange brauchen in der spitze hacke dann werden die zombies auf jeden fall auch sehr lange brauchen raptorio danke fürs lemmeneis und meine fitz tage für die eiscreme das eiscreme dass man die auch noch in den turm macht die ganzen sachen da ja das mache ich dann wenn ich wieder drin bin okay wo ist denn eigentlich der gut dabei mit dem händler das glaube ich nicht gezählt wegen der christina wieso habe ich denn jetzt noch in den bock ich habe doch gerade ein platziert aua 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 da sind aber total nicht blöde da hast du noch schloss weg ja ich bin und lang gekommen ein rucksack oh jagdgewehr und 77 62 mili 10 schuss ist schon mal nicht mal als benzin ist ja ich gar kein thema wenn wir da autos das schloss ist ein reindrund auf reißen benzin fässer ja auch gut er war schnell da ich bin auch unten und ich komm mal und 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 ja was glaubst du was macht mein oh nein ist das mein motor ja das ist was ich mit motorrad zu dem fucking fahrrad warum muss ich ausgerechnet meine das ist es komm schon ah nein ich hab hier ich hab gar kein kein ding dabei aber toll ich blute hatte körperlich nicht da na 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 ach komm schon du dummes vie du bist gerade mit nachkampf mit denen ja ich kann aber auch weiter rennen ja dann mal meine richtung ich blute nicht mehr sehr schön habe ich jetzt habe ich da noch keine verbände mehr ich kann nicht mehr rennen doch ich kann noch ein verdammt oh nein noch ein hund nee das war der ja noch einer jetzt kann mir doch ein wolf ja klar wo kommt ihr denn herr alle ich muss aber das wird aber ich habe gerade die übelste hundeparty also ich muss aber noch da vorne dann kann ich mich mal rucksack holen habe ich aber da gibt es vielleicht eine menge fleisch sogar gut von habe ich geflucht keine wasserflaschen zu haben jetzt habe ich wasserflaschen wir bräuchten für unseren ausflug eigentlich mehr verbände weil ich habe jetzt auch noch zwei ich könnte noch einen abgeben ich muss mal gucken ob ich meine tasche noch welche haben muss man warum ist mein beispiel eigentlich nicht mehr für mich markiert irgendwie moment muss ich das als länglich ein doch das ist meins gewesen ich habe ganz genau meins markiert abschließend ja ja ich hab's abgeschlossen baby so was seid ihr jetzt kabo ist dahinten ich geh mal zu hat den vollen namen ausgesprochen jetzt habe ich ein problem wenn deine mutter dich meinen vollen namen rufen hast du ein problem also hier das dorf haben wir doch schon größtenteils gelootet wir müssen woanders machen hier ist der loot glaube ich noch nicht durchspawn wir müssen mal da hinten hin ich mag hier mal eben so das war ich okay siehst du wie das geht siehst du wie das geht blödes was zur hölle soll denn das bitte mir ging es ja eigentlich eher darum bekannte ressourcen mal abzufarmen jetzt nicht irgendwie hier eine ganze stadt auszuluten diese ressource ist bekannt du verstehst autos mal besiegen besiegen es ist schon ja schon klar eine schule wäre ganz gut ja 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 erik brauchen wir saatkartoffeln und wenn was ich habe kartoffeln gefunden saatkartoffeln und wenn sie brauchen sie hilfe aber nicht ich habe jede menge rennte zum jahr gefunden das ist jetzt ein jahr ich habe es nicht ganz gehört zwischen der klappe hilfe brauche ich jetzt nicht mehr ja wir brauchen okay dann nehme ich es immer mit viele so ich dachte es geht um ob ich hilfe brauche weil ich gleich sterbe die sache ist du bist hier das opfer ich bin stolper bitte leiser ich will gerade dürfen mit den salatkartoffeln das ist wichtig wie man das erste mal das wichtigste ist dass du stirbst ihr könnt mich doch langsamer das ist doch verflucht durch die gesamte gegend hier okay ich habe ich habe ich habe ich bringe ich bringe wenigstens fleisch von den wölfen mit ja das ist doch gut weiter so daumen nach oben ich abonniere sogar und favorisieren zufrieden also joshi so weit würde ich jetzt nicht gehen ja gut okay dann halt nur ein daumen aber das sagen wir nur so und geben den daumen runter okay ich dachte schon die deutsche du bist der zombie ja guck mal hier waren wir definitiv noch nicht drin man hört es habe ich meinen wrench ich habe meinen wrench nicht mitgenommen na gut dann halt nicht dafür habe ich jetzt meine schnauze voll hier sein gibt es irgendwo ich würde eigentlich bloß noch beim händler vorbeigucken und oh gott vorsicht hier kommt etwas viel und er rennt auf der schlange ich würde aufpassen hier ist alles mögliche gerade kann ich jetzt kein theoretisch müssen natürlich das war das auto nein 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 ich habe eigentlich unter dem auto durchgeschossen er hat auf das auto geschlagen ich dachte jetzt schon nimmst wieder gleich die bazooka raus jetzt reicht es jetzt nur einmal hier ich hätte es ja zugetraut ich habe sie nicht dabei die hebe ich mir auf wenn ihr draußen herum rennt und aber man opferkdom spielt wir haben mittlerweile zwei von den raketenwerfern keine munition ist er jetzt mal tot ist das interessante ist ja irgendwie habe ich jetzt gefühlt die zombies halten gerade mehr aus um einiges mehr ja wenn sie auch hier unser game level oder was das da war desto schwieriger wird es auch desto mehr rennen da kommen desto mehr halten sie aus sorry liebe zombies jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten mit level 300 hatten und fast nur noch verstreitete zombies geil weil es die strahlung aber man kriegt mit level 300 ist max level damit kriegt man noch ein fehler gilt auf maximum ok finde ich gut also ich glaube da fehlen insgesamt 40 skill punkte um alles auf maximum gemacht zu haben ich kann mal wieder waffen finden schon lange irgendwie gut die waffenfabrik könnte man jetzt eigentlich meinen angriff nehmen da will ich nicht noch meinen da bin ich schon so oft gestorben du blöde schlange ist tot pistole gefunden naja gut level 2 ich würde mich ja auch um essen kümmern aber ich muss noch warten bis der todes die berg ist die da müssen wir jetzt auch nicht so dinge essen ah bottle of acid ich habe was zu essen gefunden es gibt für die es glauben ich habe so ein bisschen wildbrät mittlerweile ich habe jetzt 63 wildbrät und vier eier das sollte erst mal reichen es ist es ist es ist halt wieder dieses typische dinge es ist wirklich dieses typische ich schlag ein bild auf sie da ist ja lood du kommst nicht so weit du kommst ja gar nicht so weit um da ranzukommen auf einmal ist er da der joshi blockiert die tasche zwei von was war das egal ich weiß ich muss man das irgendwas uninteressant nein 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 ich weiß es nicht ich kann es nicht ich glaube das ist aber frachtkarton ich glaube wir haben ja alles denke ich gut daraus dann können wir jetzt hier und verlaufen genau also aber eben wäre wieder mitnehmen alles links verdichten weil jetzt haben wir es alles klar also das motto hat sich hat ja auf jeden fall ganz gut spaß gerade bei mir die schnauze von da und wenn du von drei bis vier renten zombies verfolgt wirst du dich noch mal umdreht um zu schauen ob sie da sind und plötzlich noch ein wolken genau in der augenblick noch ein wolf vor dir spawnt ist das schön dass da was passieren kann warum spawnen die eigentlich so nah bei einem das ist eigentlich auch verstecken naja wahrscheinlich sind sie bei einem von uns vorab gespawnt und und wenn wir einfach nur zur freien zeit am falschen ort ich habe auch nicht das ist ein zweiter vorn aber moment war ja auch keiner weg wieso können die dann zwei meter von uns entfernt in der minus hohen ich würde das mal als einfach bezeichnen möglicherweise joshi dabei ist das glaube ich aber eher wenige wachsen spieber seit sieben jahren entwickelt wird also das finde ich jetzt eher weiter jetzt weiß ich zumindest für und winzig fühlt ich habe noch den kotze heini an der seite war das nicht der der hoch geht ja 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 der geht hoch ok ok der hat schon mal den kopf verloren das ist mir recht das ist immer so verteilt weil wir es können gute frage also ich bin weil ich auch mal kamen keine ahnung ich bin ja ich will bc krebs zurück weil ich habe keine verbände mehr und wenn ich finde ich will jetzt auch das fleisch zurück und alles weil ich ich gebe auf dem weg bloß noch bei der händler vorbei um da die eine quest abzugeben und nehmen die seine hause hast du das silber habe ich nicht wohl gepackt weil das kann man nur verkaufen alles gut joshi das hört sich bei dir sehr interessant an wenn du hilfe raus gibt bescheid ich bleib dann oben ja ich bin wieder oben es kommt nur gerade eine menge vom keller mit hochgerannt ich bin jetzt wie ein flinker junge nach oben gerannt ja die kommen da nicht durch ja gerade irgendwie nicht nur ich helfe den mal hilfst du ihnen beim sterben nein ja da rennt einer du musst die treppe wieder schaffst du das oder sollte ich runterkommen warte ich hab den ich hab den getroffen noch mal getroffen jetzt kommen sie auch noch von hinten den kopf verloren hier ist gerade party aber richtig der okkotter renne zornbis hier oben wenigstens mehr wert für die zuschauer von kabo die sehen was bei denen abgeht aber bei mir ist auch gerade die absolute post wo geht es geht da ist ja hier gerade an der wand festgebacken ist aber auch schon ich weiß nicht wie er was kann gerade so gut wie alle hoch ich weiß nicht wo aber naja wahrscheinlich weil du einfach keinen lärm gemacht hast das kann natürlich sein ich habe ja so eine leichte bei euch in der dritte was zur helle war das für ein geräusch ähm ähm wo war das jetzt gerade ach da war das ne 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 ich ich alarmstufe rot ändern alarmstufe rot ähm ok wird da irgendwelche parts für noise reduction ok nötig jetzt gibt es mich gerade mal kurz wieder einladen kann ich machen warte ähm warte 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 hallo japan warte 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 japan warte warte Natürlich, guten Tag. Zombie? Zombie? Ja, Zombies. 1, 2. Ach da. Weil das lustig ist, dahinten geht's in den unterirdischen Bereich. Da ist ein Spucker mit dabei. Ja, da sind ein paar Viecher. Ist da was in der Schmiede drin? War doch ne äußerst gute Entscheidung, glaube ich. Das hier in der Mitte kann man mitnehmen, da ist Kohle. Vorsicht, der rennt gleich. Ja, der rennt. Schießen und der ist tot. Mit ner Headshot geht ihr dann sehr schnell durch. Ah, so, okay, okay, okay. Ich wollte schon sagen, ich bin schon mal eins hinten raus. Oh. Also ich nehme mal die Goldkulose. Das hier war eben ne Streamer-Bedriss, die man siehst. Da ist noch ne Machete. Ich glaube, sie ist despawned. Aieieieieiei, das ist, wenn man auf einmal zu geil wird. Also hier hinten sind jede Menge Kisten auf jeden Fall. On my way, warte, warte. Jetzt fände ich mal was zu futtern, ey. Und wenn es ne Dose Lachs ist. Und ein Safe. Okay. Erstmal Food. Oh, das ist wichtig. Oh, hier ist ein Safe. Ah, hier ist Futter. Ja. Revolver-Frachtkiste. Verdorbenes. Cooling. Schleif. Ja. Heat-Resistance. Genau das, was wir in dem Biomgrad brauchen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Eine Eisenluftfilter für Autos. Ja. Ich glaube, da komme ich nur auf Umwegen hoch oder so. Hier komme ich ja ins Dachgeschoss. Hier Penner. Bitte. Ja, machen wir mal Putt nun. Mach wir Putt. Äh, hast du den Lutz auch schon auf 5? Wenn nicht, mach ich auf. Ne, mach du auf. Dann fehlt noch einer. Holy Moly, da. Oh. 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 35 Stahlpfeile. Ganz viel Flintenmoni. 9 Millimeter. Ich habe hier gerade in... Oh. Ich habe hier gerade übrigens in einer Kiste, die war versteckt oben auf dem Dach. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. Oben, aber wirklich auf dem Dach drauf war eine Kiste. 2 Rohdiamanten, 8 Silbernuggets und ein Level 5 Jagdgewehr mit Munition. Oh. Boah. Hier eine Schatzkarte angenommen. Was? Schatzkarten? Es gibt Schatzkarten. Da sind dann so ähnliche Sachen wie da drin. Okay. Vielleicht ist es sogar ein Schatz, den ich gefunden habe. Könnte doch gut sein, dass... Ja, für gewöhnlich spawnen die aber erst, wenn man die Karte angenommen hat. Weil man kann Karten von demselben Schreiber mehrfach annehmen. Hä? Da ist irgendwo eine Schlange. Kann ich das hier? Äh... Wie kam man da jetzt bitte schon drauf? Ähm... Vielleicht über die Treppe? Schöne Schlange? Ja, ja. Die ist irgendwo oben. Auch egal. Ich bin zufrieden. Ah, gefunden! Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Mal sehen, ich bin zufrieden. Ich baue gerade. Bist du schon da drüben Joschi, oder ist das Udwin? Ich bin schon ein Stückchen weiter gelaufen, ganz ins nächste Haus, ja. Ich bin noch viel weiter weg, als ihr es euch jemals vorstellen könnt. Hast du hier oben schon den Dachboden? Ich hab keine Treppen gesehen, tatsächlich, dann war ich da noch überhaupt nicht. In drei Minuten kann ich nochmal durch die Felder gehen. Ja, natürlich. 3er-Eisen-Schaufel, 6er-Clown-Hummel. Gut, sehr gut. Cool. Einige Casino-Tokens habe ich bekommen. Und einiges an... Und ich bin nass. Aber das war tatsächlich die Best. Hast du dich nass gemacht? Das muss doch nicht gehen. Und ich bin Level 70. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Yay, Stahl. Das heißt, wir können uns jetzt gleich jeder ne Waffe machen auf Level 6, die wir brauchen. Äh... Yes, Sir. Äh... Der Typ verkauft für 4000 Tokens übrigens ne Nachtsichtbrille. Äh... Gut, jetzt hab ich 1000... Ich hab 1400 Tokens, das Ding kostet 4000. Also, hm. Oder? Der verkauft doch nen Buy-Pod. Den kriegst du halt... Ey... Äh... Und Winn, guck einfach mal, ob du... Verkauf die einfach mal. Weil... Kann man den Buy-Pod eigentlich auch auf den Stuhle machen? Nein, der Buy-Pod geht nur an... Ich weiß nicht, ob dein SMG geht. Der geht an die Arcade und die beiden Sniper. Und die Shotgun weiß ich auch nicht. Ich hör schon wieder Zombies. Kann man den? Ja, das sind überall welche. Ich hab hier wieder so nen Rennen drin irgendwo. Ja, da. Ich tu mal eben die ganzen Waffen und Mods, die ich gefunden habe in mein Mod-Board. Sehr schön. Der hat schon ein paar interessante Sachen. Sehr sehr schön. Ach nö, jetzt bin ich wieder bei Hits. Ach, das gibt's doch nicht. Ich hab doch extra ganz viel angezogen mit Hitwurst. Grave-Digger ist gut. Oh, Digga, ey. Oh, der Uta hat auch ein bisschen was gebracht. Digga. Du siehst die Werte, äh, die es beim Verkaufen gibt. Wenn du die Items anklickst. So. Hör auf! Dann nehmen wir das mit dem Ura Brecht. Um rechts, Ara. Ja, oben rechts. Genau, bei dem hast du gewonnen. Sag mal, was halten die aus? Oh nein. Ach, der rette immer noch. Warte, warte, warte. Ich blute, warte. Ich sterbe, ich sterbe eh gleich. Ne, 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 ne. Hast du noch ne Bandage? Ich hab noch, wenn du brauchst. Ja, die bräuchte ich. Ich such grad, ich such grad. Ja, Licht. Schnell, 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 komm. Oh, warte. Das ist ne Hase. Warte, das ist ne Hase, das ist ne Hase. Oh, okay. Gott sei Dank. Okay. Das war... Kann der Hase sich mal... Kann der Hase mal stehen bleiben? Also, wenn soll ich jetzt das Silber vorbeikommen fahren? Äh, ich hab jetzt 200... Wir bräuchten immer noch über anderthalb tausend Tokens für das Ding. Für das Nachtsichtgeln. Ich hab sieben mal 260. Ja, 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 ja. Ich hab den Hasen, ich hab den Hasen. Ich glaub, du hattest auch hier verkaufen geskillt, oder? Äh... Oh... Oh... Ne, ich hatte, glaub ich, keinen verkaufen. Ich glaub, ich hatte nicht Bargen. Hat jemand von uns Bargen... Bargen gehabt? Nö. Nö, nö, nö. Hat keiner von uns, glaub ich, derzeit. Du wolltest das gehen. Das war's, glaub ich. Oh, eine Milikärweste. Ich? War das wirklich bei mir? Hm. Gut, der ist auch tot. Äh... Zu Essen hast du jetzt aber nix gefunden, Yoshi, oder? 400 Meter ist keine Zeitangabe. Ich hab Katzenfutter für dich, wenn du magst. Ich hab schon von Sorben das Essen gegessen. Okay. Achso, ne, da brauch ich den... Ich versch... Ach nö, ich sind ja nochmal Zombies. Geh mal weg hier. Ja, ja. Mir ist über. Ich weiß. Ein Skirt... Bringt... Coal... Ne, bringt... Heat Resist. Und ich glaub, ich sollte mal Stamina skillen. Was das Skillen angeht, wo waren das mit dem Bargen eigentlich? Äh, da wo auch hier... Das war wohl... Du hast auch den Buff für alle Leute in deinem Team, glaub ich. Jedes. Das Skillt gehabt. Ah. Das war beim selben. Ah, Beta Barter, ich seh's gerade. Ähm, hat das irgendjemand von euch? Bei Intellect mitgeskillt? Hm, also ich nicht, ne? Ähm, warte, lass mal gucken. Wenn nicht, dann fang ich damit an. Dann fang du mal damit an. Ich glaub ich hab's nicht. Kannst du jetzt... Oh, man kann's tatsächlich sogar Adventure, man kann's sogar tatsächlich Intellectual Choice for Quest Rewards. Okay, ist auch interessant. Aber gut, dann mach ich mein bester Beta Barter, dann sparen wir schon mal 10% beim Kauf jetzt. Nice. Ja. Oh, was so? Hast du gut klingen? Die Frage ist, das wird niemals reichen. Ein Silbernugget bringt viel zu wenig. Da stand bei mir's Hellpreis 260. Sicher, dass das... Immer noch zu wenig. Ne, 39 für eins. Für alle, für alle 275. Für alle sieben. Oh. Nicht für alle. Okay. Wollen wir nicht vergessen. Dann lass mal die erstmal, bis wir die beste eintauschen können. Dann holen wir später irgendwas. Kannst du das auch skinnen, dass wir mehr beim Verkauf kriegen? Ne. Also, ich... Ne, nicht fürs Team, aber ich hab's grad einen Punkt reingeskillt und ich mag's demnächst, dann können wir mal den nächsten Mal ordentlich was vorstellen. Also, das ist bei dem Skill dabei. Hm. Das ist die Frage... Ach, das ist bei dem Gruppenskill, wenn's dabei ist, dann hab ich das... Ich hab den nämlich schon vollgeskillt, auf jeden Fall. Ne, nicht bei dem Gruppenskill, bei dem Handelskill. Ja, den hab ich schon auf Level 1. Ja, weil ist da auch mehr Verkaufpreis dabei, nicht nur mehr Einkaufpreis. Das ist Kauf und Verkauf. Also, 10% mehr Kauf und 5% mehr Verkaufspreis. Aktuell auf Level 1. Okay. Ah, das klingt gut. Das wird allgemein besser. Hast du noch was für Essen? Ne, deswegen will ich das so schnelles gehen nach... Okay. Wie weit ist die Kiste weg? Die kommt grad'n drauf. Wir brauchen aber noch Yashi oder kannst du kochen? Aha. Ach nö, da ist schon wieder ein Renderzombie. Ach nö. Hä, wo... Ach da unten kommt der... Okay, das ist mehr oder minder auf dem Weg zurück zur Base. vielleicht ist eine essenskiste das wäre egal ihr könntet langsamer zurück zu base kommen weil wir haben jetzt eine menge fleisch und eier und so zeugt wir können auch eine menge eisen ach du scheiße ach du scheiße die 80 brille wird zumindest okay dann können wir uns die 4000 sparen und holen uns lieber mod teile weil ich habe schon einige interessante mod teile gesehen die ich gerne hätte also der bipod der ist fürs ziel gut der bipod war da aber ein bipod habe ich doch schon gebaut es gibt aber interessantere sachen die ich gefunden habe vor allem sachen verbesserung für werkzeuge und andere mods hat er eben auch noch gehabt also an sich also was ich am nützlichen finde ist das größere magazin und die verschnellerung der geschussgeschwindigkeit laser pointe könnte vielleicht auch interessant sein und vielleicht zwei scop hätte ich gern für eine armbrust aber dafür brachte ich erstmal eine armbrust die level 2 ist muss uns auch noch jemand machen ja wenn wir die jetzt machen ist die direkt level 6 weil wir weil ihr schon so hoch ist ja steht auf und gibt beim aufstehen eine mit leckomio kackzombie ich nehme ich jetzt einmal zum guten bringen wird kritisch kritik aber könnten die leute nicht mal zwei geier etwas zum essen wegschmeißen nein einfach und langweilig was war mein kampf warum ich verstehe es nicht was ist passiert der wartung hunde egal wie viele ich bin auch okay du hattest bandagen ja ja ich werde noch von dem hund verfolgt hilfe ja ich werde jetzt hier sterben garantiert und zwar mein achtung hund scheiße man sie hätte es gleich gegeben wenn du gesagt hättest dass du behauptest aber ich dann vor dir da sind die hunde gespawnt wir brauchen mehr vorräte medizinische essens vorräte ihr könntet man langsam auch von der von dem lootplatz zurückkommen naja also in der aber das habe ich vorhin schon gesagt und bin in der in unserem turm in der werkbein sind verbände da habe ich nämlich extra frisch gemacht das sind jetzt keine mehr eine hatte ich mir geholt die anderen waren beim letzten als ich geguckt habe auch weg kurz dann gehe ich ohne verbände wieder los ja ich kann ja welche geben wenn du kommst mir ich habe die kunde eigentlich alle getötet und dann warst du weg nein bei mir war noch einer und der hatte mich schon zum bluten gebracht weswegen ich weggefahren du bist weg gefahren ja weil ich sonst nicht weggekommen wäre ich hatte keine munition mehr und keine nahkampfwaffe unsere sklaven müssen sich ein aufopferungsvoll vor uns werfen ich bin heute schon dreimal gestorben das zählt nicht ich guck mal nach das wäre jetzt nicht so und nicht zwölf mal und bin 13 mal joshi zweimal herzog eric elf mal und gold koloss dreimal und hallo ich wollte jetzt nicht nach den kompometer hoch und von den toten in der mine wieder welche spawnen schmerzmittel doch ich bin noch okay aber ich kann jetzt gehen was ist denn was ist denn hier oben ist das hier irgendeine art verstecken also muss man uns noch dran denken lassen wir mal nach man noch die aufnahme machen gegen gibt es hier noch was kapulator zwölf so weit ich machen auch stimmt ich war ja gar nicht die frage ist nur wie ich die machen kann fragen wir mal das wirklich das ist nicht schlecht also ich komme mit einer menge fleisch zurück da ist es sehr wichtig und dann das gute stuff ja gut der ganze rest an waffen ist jetzt nicht wirklich bedeutend aber genau ist jetzt naja den rest kriegen wir auch irgendwie noch hin das sollte jetzt nicht das problem sein das muss doch nicht sein das muss doch wirklich nicht sein könnt ihr nicht einfach weg bleiben wozu hölle ist diese verdammte kiste gelandet ist überhaupt noch da aber wie wird sie nicht mal angezeigt doch überhaupt kein gefährlicher ausflug gerade nein machen wir alles mit ich glaube jetzt auch in dieser kiste zu holen weil ich besteig gerade den ganzen berg hier weil die ganz oben drauf ist auf dem berg munition wo ist denn der zum bier ja was bist du denn für ein feiner warum bin ich eigentlich vom fahrrad aufgestiegen level 71 ich glaube die kiste ist echt nicht mehr nehmen moment ist da gut kann ich bin wie das lohnt sich nicht wo also diese auch gott ich hinter mir ist von köln für was ist denn mit diesen waffen ja wohl da ist es kiste noch immerhin nein gold koloss gar nichts verpasst alles super alles gut wir guten hier wir besiegen einen anderen und 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 es schneit in der höchste man muss erst die super seeds finden und dann das einzige was der skill macht ist dass man die normalerweise wenn man die dann einpflanzt und erntet ist die pflanze weg nach dem ernten mit dem skill ist die pflanze nach dem ernten nicht weg wenn man es dann mal hat warum nicht nur hier steht halt you can craft mutated seeds und man kann sie eigentlich nur behalten online 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 das heißt wenn du dich wenn du den skill hast und pflanzen abend ist ob musst du extra samen noch mal finden man muss die samen erst finden wenn ich verstanden also wenn jemand hier auf superkorn findet vier stück die aufheben daraus kann man dann den samen machen nein 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 komm bleib du weg dann habe ich mal ruhe tour ist deine ruhe wir könnten besten freunde werden und ich schwöre dir ich so nie wieder beißtaker ja ja war klar weil es ist nicht viel aber wir müssten wir eigentlich noch auf jahr schon warten dass du das zubereiten und die pflanzen sind glaube ich noch nicht fertig aber ich bin auch momentan leicht am fangen dann komme ich am besten mal auf dem direkten wiege zurück das wäre nicht verkehrt war was in der kiste jede menge essen das habe ich schon alles gefuttert da war jede menge essen leute das hat mir sowas von gut geschmeckt leute war war was guckt ihr mich jetzt alles so an und warum heizt ihr den grill jetzt so hoch gemästet schmeckt dann und bestimmt lecker also wir haben ein paar tausend reisen oh gott gold colors hier ist ne streamerin ne streamerin was gott twitch wird entdecken aber und wenn pass auf dass dieses streamer nicht gleich partner status kriegt ja sowieso instant ich finde alles was ich nicht haben will munition das da und jenes aber was zum essen die munition finde ich oder nehme ich feuer und auch haben wir feuer natürlich überlebt die die lassen mich einfach nicht das lustige ist diese auswirkung ist auswirkung der grüste war das letzte woche ich zur base zurückgegangen wäre aber natürlich müssten da zwölf spawnen ich bin schon am verhungern also im sinne von leben verlieren durch hunger der unter koch ist der der am längsten tut gerade ich habe doch gesagt ich komme und der doch das rohfleisch jetzt der zweite koch ist auch noch und wie war das wir gehen nummer kurz eben rüber zu den gebäuden am essen zu werden eigentlich wahrscheinlich schon seit fünf stunden um genug essen um wieder zurück zu gehen aber trotzdem ja okay der loot ist schon verlockend manchmal das ist ja so brauchen wir noch einen kochtopf weil hier einer auf dem weg liegt nein die können wir auch selber craften wir haben genug eisen die kann man eigentlich immer verschorten mittlerweile so viel eisen wie wir haben level up ja nice ich habe eine menge fleisch aber ich glaube kochen kann von uns keiner immer noch ich die zwei kirche sind ja ich wollte gerade sagen ich meine jemand der hier anwesend wir können aber wenigstens verbranntes machen was besser ist als nix aber gold koloss hat mir gerade was gegeben man eigentlich sehr schnell da ich 140 leben habe es dauert